El-GT-Spieler wie zwei oder drei, die Spieler waren schwach wie eine Flasche leer. Der BVB steckt jetzt schon in der Krise. Was stimmt bitte mit Borussia Dortmund nicht? Es sind gerade einmal drei Spiele gespielt und bezüglich der vermeintlichen Ambition bin ich jetzt schon völlig desillusioniert und damit bin ich vermutlich noch nicht mal alleine. Jetzt erst Rechtsstimmung, nach einer sau unnötig verspielten Meisterschaft haben wir nichts von gesehen. Genauso wenig, wie das der BVB gelernt hat, gegen die eigentlich kleineren Diepflichtsieger einzufahren. Aus dem Versprechen, Fortschritte zu machen, aus den Fehlern zu lernen und dem Vorhaben nicht wieder der Musik hinterher zu laufen, wurde bis jetzt mal so gar nichts. Wir reden von einem Auftakt, wo der BVB mit neun Punkten in die Saison starten muss. Bei dem Kader im Vergleich zu den Gegnern auf jeden Fall. Herausgekommen sind fünf Punkte, von denen genau, ja vielleicht einer so gerade eben verdient wäre. Das muss man auch mal so ehrlich sagen. Was der BVB aktuell auf dem Platz abliefert, ist eine bodenlose Frechheit gegenüber den Fans. Den Fans, die nach der bittersten Niederlage der jüngsten Vereinshistorie zu den Spielern gestanden haben, diese aufgebaut haben und ja, die genau dieses jetzt erst recht mitgehen wollten und vorgelebt haben. Da sind diese Leistungen wirklich eine und das muss man ehrlich so sagen Vollkatastrophe. Drei Spiele in Folge, wo man wieder grandios gesehen hat, es gibt keinen Plan B. Ohne Spaß, nennt mir ein Team in der Bundesliga, welches leichter auszukoachen ist als Borussia Dortmund in der momentanen Lage. Gegen tiefstehende Gegner hat man gar keine Idee. Regelmäßig werden Angriffe versemmelt, Großchancen nicht genutzt, Fehlpässe ohne Ende, generell im letzten Drittel sowieso, auch gestern gegen Heidenheim. Wie man da in der zweiten Halbzeit abgeschmiert ist, da hat Borussia Dortmund fast schon Patent drauf. Wie kann man ein 2 zu 0 als Borussia Dortmund mit dem Spielermaterial gegen einen Aufsteiger auf so eine Art und Weise herschenken? Da gibt es keine Ausreden für. Und wie kann man am Ende des Bochum-Spiels zum Beispiel sich vor die Kamera stellen und sagen, die Intensität des Spiels hat uns überrascht? Ist das ernst oder sind wir hierbei, verstehen Sie Spaß? Gegen Köln dachte ich ja, kann passieren, die haben es drauf gegen große Gegner mal unangenehm zu sein. Bei Bochum kann man sich das Ganze vielleicht noch mit in einem Derby spielt, der eigentliche Klassenunterschied keine Rolle, vielleicht noch schön saufen. Aber aller spätestens jetzt sollte sich jeder einzelne hinterfragen bei Borussia Dortmund. Jeder Spieler, der Trainerstab, die Vereinsführung. Unter anderem hat man es in diesem Sommer ja auch verpasst, die offensichtlichen Kaderbaustellen zu schließen. Man war in der letzten Saison schon in der Defensive viel zu dünn besetzt. Und was macht man in diesem Sommer? Man holt zwar Ben Zobaini, aber man gibt auch einen Guerreiro ab. Sprich, man hat vielleicht einen defensiv stärkeren Spieler an der Stelle verpflichtet. Aber in der Breite, die für drei Wettbewerbe essentiell ist, hat man einfach mal gar nichts gemacht. Im Gegenteil, mit Tom Rote wurde sogar noch ein gar nicht mal so schlechtes Talent verliehen. Versteht mich nicht falsch, er braucht die Spielpraxis, aber ihr versteht bestimmt, worauf ich hinaus will. Aber jetzt an der Stelle nochmal unabhängig von der Breite, daran liegt es ja aktuell noch nicht. Das kommt ja später erst irgendwann noch erschwerend hinzu, wenn man wieder das Problem hat, dass sich der ein oder andere verletzt oder gesperrt ist. Sowas soll es ja auch geben. Auch fällt auf, dass man sich transfertechnisch scheinbar auch nicht so wirklich einig war. Terzic und Kehl hatten offensichtlich verschiedene Ansätze, wie man den Kader verstärken möchte. Während Kehl mit Alvarez einen Abräumer holen wollte, der vielleicht auch nebenbei richtig gut Innenverteidiger spielen kann und der auch einen Emre Can unter Druck hätte setzen können, wollte Terzic darauf komplett verzichten und dafür Felix Metscher haben, der mit Sicherheit Potenzial mitbringt, aber eben auch am meisten Budget verschlungen hat. Zu der Zeit war mir übrigens nicht klar, dass der BVB in diesem Sommer finanziell scheinbar so hart limitiert ist, denn sonst wäre ich damals schon kritischer gewesen. Auch hatte man beispielsweise lange einen Fresneder an der Angel, der angeblich zu teuer war und jetzt für 9 Millionen Euro zu Sporting Lissabon gewechselt ist. Zu teuer Leute, sag ich nur. Zu teuer. Top Rechtsverteidiger Talent hätte man heranführen können. Und ja, ich weiß, er selbst wollte hinterher im spanischen Raum bleiben. Aber wieso sucht man dann keine Alternative mehr? Ein Spieler, den ich persönlich ja immer im Kopf hatte, ist Luchare Gertrauda. Ja, der wäre nicht billig gewesen, hätte aber auf einem Schlag mehrere Baustellen auf einmal abdecken können. Das wäre der No-Brainer schlechthin gewesen und ich war ja bestimmt auch nicht der Einzige, der den ins Spiel gebracht hat. Und jetzt zum Abschluss hat man ernsthaft den Bela Kocab Transfer platzen lassen. Ein riesiges Top-Talent. Vorgriff auf die Hummels-Nachfolge, der ja auch im nächsten Sommer vermutlich aufhören wird. Der Preis am Ende, 3,5 Millionen Leihgebühr und dann halt die 26 Millionen Kaufpflicht. Das war marktgerecht. Er hatte bei Southampton einen langfristigen Vertrag, bringt viel Potenzial mit. Marktwert war ja auch bei 20 Millionen. Also der Preis, da kann man eigentlich nicht meckern. Die Bayern waren auch nicht umsonst selbst nochmal dran. Und jetzt ist er einfach mal bei PSW Eindhoven. Und wo die Transferphase jetzt auch zu Ende ist und kein Verteidiger mehr kam, sprechen wir ganz klar auch von einem gewissen Missmanagement. Man hat es schon vor einem halben Jahr gewusst. Die Zeit war da. Stattdessen kommt zum Schluss noch ein Stürmer. Jetzt nichts gegen Füllkrug, da machst du mit 13 Millionen plus 2 Boni überhaupt nichts falsch. Zu teuer war der auf gar keinen Fall. Und in meinen Augen war das auch einer der besseren Transfers von Borussia Dortmund. Und wenn man den jetzt viel früher geholt hätte, dann wird da keiner drüber sprechen, dass man die letzten Millionen dafür quasi verballert hat. Nichtsdestotrotz muss man hier die Führung hinterfragen, wie man auf die Idee kommt, dass ein weiterer Stürmer deutlich mehr Prio hatte als ein Verteidiger. Gerade dann, wenn es heißt, die Mittel sind begrenzt. Wir müssen kreativ sein, hat Kehl ja gesagt. Und jetzt kommen wir nicht mit Afrika Cup, wo bekanntlich Aler fehlen wird. Aber Benzbaini eben auch. Ein ganz dünnes Eis an der Stelle. Im Sturm hat man ja immerhin noch Mokoko vorher schon gehabt. Oder man macht halt mal die Doppelspitze mit beispielsweise Adeyemi und Malen. Denn die können das ja sogar. Das ist doch absurd. Wieso versteift man sich auf eine einzige Marschroute, die gerade auch alles andere als effektiv ist? Muss man ja auch mal gesagt haben. Aber gehen wir jetzt nochmal auf die Außenverteidigung ein. Ein Marius Wolf hat sich oft kämpferisch gezeigt und auch gute Spiele gehabt. Aber dauerhaft als Rechtsverteidiger, als gelernter Offensivspieler auf hohem Niveau keine Chance. Das sah ja selbst gegen Heidenheim wieder richtig kritisch aus. Unter anderem hat er den Anschlusstreffer von Heidenheim mit einem Fehlpass eingeleitet. Und dann kommen ja noch zig Fehlpässe hinzu. Also sind Riasson und Oda Benzbaini verletzt oder gesperrt GG. Aber Emre Can, auf den muss man auch mal eingehen. Scheinbar scheint er auch wieder auf dem Weg zu sein. Leider wieder ganz der Alte zu sein. Adeyemi auch sehr merkwürdige Spielweise momentan. Was ist mit dem los, frage ich mich auch. Aler kriegt man gerade überhaupt nicht ins Spiel eingebunden. Und da könnte man noch genügend andere Punkte aufzählen. Einer der größten Probleme bleibt für mich aber, dass taktisch ingame überhaupt nichts läuft. Und nein, ich will ja nicht direkt damit anfangen, Terzic raus und was nicht alles. Dennoch muss auch er sich ganz schwer hinterfragen. Also da muss während der Länderspielpause richtig was passieren. Denn ich sag euch wie es ist. Wenn es genau so weiter geht, dann führt kein Weg daran vorbei, dass vielleicht erneut der Trainer den Hut nehmen muss. Denn er hat in der Hinsicht, was Taktik und auch die Spieler motivieren angeht, nur mal die Verantwortung. Und darauf zählen, dass man es ähnlich wie in der Rückrunde letzte Saison macht, kann man natürlich auch nicht. Darüber hinaus lag die Schwäche damals in der Hinrunde unter anderem auch am enormen Verletzungspech. Was er jetzt aktuell so nicht gilt. Und ja, ich weiß, es gibt auch die Meinung, der BVB wird überschätzt, die Ziele sind zu hoch, Dortmund ist im Mittelmaß angekommen. Das ist mir aber auch genauso zu einfach, denn das Potenzial ist ja zu 100% da. Man sieht ja in den einzelnen Situationen die individuelle Klasse. Anders hätte man jetzt wahrscheinlich noch nicht mal die 5 Punkte. Nur kriegt man diese taktisch und als Mannschaft überhaupt nicht gut ausgespielt. Ansonsten muss man natürlich auch die Kaderzusammenstellung infrage stellen. Auch da wurden definitiv Fehler gemacht. Aber ich glaube tatsächlich, dass wenn man beim BVB einfach mal wieder die richtigen Knöpfe findet, dass dann auch wieder was geht. Definitiv mehr als das, was wir jetzt sehen. Aber das muss auch passieren und es muss schnell passieren. Sowas wie, das war doch erst der dritte Spieltag, kann man auch nicht gelten lassen. Die Punkte fehlen jetzt schon in der Endabrechnung. Und die Gegner werden auch nicht leichter. Es zählt jetzt schon. Das darf man nicht vergessen. Also ich bin da echt mal gespannt, wie es weitergeht. Stand jetzt bleibe ich dabei. Ich bin für den Moment völlig desillusioniert und auch enttäuscht. Das ist nicht der BVB-Fußball, den man auch jahrelang gewohnt war. Mittlerweile gibt es ja nicht mal mehr die berüchtigte Reaktion. Wenn der BVB damals mal ein Spiel verkackt hat, dann hat man danach den nächsten Gegner meistens auseinandergenommen. Aber jetzt wird es ja immer schlimmer. Und mit der Einstellung, Art und Weise, welche an den Tag gelegt wird, reißt man gerade auch alles wieder ein, was man in der letzten Saison aufgebaut hat. Man hat es endlich geschafft, Fans und Mannschaft wieder so richtig zusammenzubringen. Und dann kommt das. Naja, in jedem Fall sind wir an dem Punkt angekommen, wo man ganz klar sagen muss, das Schönreden das Unangebrachteste ist, was man jetzt noch tun kann. Und viel mehr habe ich dazu eigentlich auch nicht zu sagen. Ich habe fertig.